In der Weisewege Österreich zeige ich Strecken, die grundsätzlich von A nach B gehen und aber so gewählt sind, dass sie mit dem Motorrad auch interessant gefahren sind. Das Video führt, da führe ich vom Spital an der Trau in den Osten Österreichs in die Kalte Kuchel. Die Weise startet in Spital an der Trau, der ist Liesertal hinauf durch Knümpf, rechts bei Gremsbrücke noch in der Grems. Gremsbrücke 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 Fonka Danzig Überschöder Gremsbrücke 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 Katnissberg Und oberwärts Lachter 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020